Seid ihr bei der Wohnungssuche schon mal auf eine Genossenschaftswohnung gestoßen, also auf eine Wohnung von einer Wohnungsgenossenschaft? Da ist so einiges anders. Da heißt es zum Beispiel statt Miete zahlen Nutzungsentgelt und statt Kaution hinterlegen Genossenschaftsanteile zeichnen. Dafür winken einige Vorteile, wie zum Beispiel schöne Dividenden von 4%. Stellt sich doch die Frage, lohnt sich das eigentlich, Wohnen und auch Sparen in eine Wohnungsgenossenschaft? Darum geht es heute in diesem Video. Ich bin Saidi von Finanztipp. In einem unserer letzten Videos haben wir euch gezeigt, dass Anteile von einer Genossenschaftsbank, wie zum Beispiel der Volksbank, dass das als Geldanlage durchaus eine gute Idee sein kann. Aber ist das eigentlich bei einer Wohnungsgenossenschaft genauso? Das erläutern wir euch heute in zwei Beispielen. Beispiel 1 ist Familie Pavlov aus Berlin. Die will in eine 4-Zimmer-Wohnung von einer Wohnungsgenossenschaft ziehen. Da stellt sich die Frage, wie kommen sie eigentlich an die Wohnung und was kostet sie das? Und zwar zum einen Mitglied zu werden und zum anderen an Genossenschaftsanteilen. Und unser zweites Beispiel ist Anleger Arne. Arne ist weniger auf der Suche nach einer Wohnung als vielmehr nach Alternativen zu mickrig verzinsten anderen Spareinlagen, wie zum Beispiel Sparbuch oder Tagesgeld. Und da ist er auf einige wenige Wohnungsgenossenschaften gestoßen, die Spareinrichtungen anbieten, wie zum Beispiel Festgeld oder Wachstumssparen. Fragt er sich, lohnt sich das? Und zum Schluss noch, manchmal wird mit dem Label Genossenschaft auch Schindluder getrieben. Wir haben zum Schluss fünf Warnzeichen für euch, woran ihr unseriöse Wohnungsgenossenschaften erkennen könnt. Erstmal vorweg, was macht eine solche Wohnungsgenossenschaft eigentlich aus? Die ist zunächst mal nicht an Profit, an Gewinn orientiert, sondern am Interesse ihrer Mitglieder. Und wofür interessieren sich deren Mitglieder? Naja, nach an bezahlbarem Wohnraum. Das heißt, die Mitglieder zusammen zeichnen Mitgliedschaftsanteile, dadurch sammelt die Genossenschaft quasi Geld ein. Und damit wird eben bezahlbarer Wohnraum für die Mitglieder geschaffen und auch instandgehalten und auch bezahlbar gehalten. Und das ist dann zum Vorteil letztendlich aller Mitglieder. Ganz ähnlich sozusagen wie bei den Genossenschaftsbanken, bloß da ist es da halt um solide Geldanlagen geht. In Deutschland gibt es etwa 2000 Wohnungsgenossenschaften mit insgesamt 2,2 Millionen Genossenschaftswohnungen. Mitglieder in so einer Wohnungsgenossenschaft haben gegenüber normalen Mietern zwei große Vorteile. Zum einen müssen sie keine Eigenbedarfskündigungen fürchten, denn in aller Regel haben solche Mitglieder ein lebenslanges Wohnrecht in der jeweiligen Wohnung. Und zum Zweiten, wenn es gut läuft für die Wohnungsgenossenschaft, dann können die Mitglieder eben eine ordentliche Dividende erwarten. Und das ist doch ein ganz schönes Schmankerl sozusagen. Die Frage ist jetzt, wie kommt man da rein? Was muss man am Anfang leisten? Und wie lohnt sich das? Was bekommt man auch wieder raus? Dafür schauen wir uns jetzt eben Familie Pavlov aus Berlin an. Die Pavlovs, die suchen eine Vierzimmerwohnung in Berlin. Und dafür bewerben sie sich bei der Traumwohnung EG. EG steht für eingetragene Genossenschaft. Und sie werden auch genommen. Als erstes wird dann ein Eintrittsgeld fällig. Das liegt bei vielen Genossenschaften so im Bereich von 5 bis 50 Euro einmalig, bei manchen aber auch in Höhe eines Genossenschaftsanteils. Bei den Pavlovs, da sagen wir jetzt mal, das sind 50 Euro. Und Gott sei Dank 50 Euro einmalig und nicht 50 Euro pro Nase. Und zusätzlich müssen sie drei Mitgliedschaftsanteile, drei Genossenschaftsanteile zeichnen. Zu je 160 Euro macht zusammen 480 Euro. Quasi eine Pflichtgeldanlage gleich am Anfang. So, und jetzt wird eine Wohnung frei. Eine Vierzimmerwohnung für die Pavlovs. Jetzt verlangt die Genossenschaft, dass die Pavlovs weitere Genossenschaftsanteile zeichnen. Und zwar gilt da die Regel, je mehr Zimmer, desto mehr Anteile. Manche Genossenschaften gehen da auch nach der Anzahl der Quadratmeter. Bei den Pavlovs für die Vierzimmerwohnung sind es insgesamt 13 Anteile. Drei haben sie schon gezeichnet, macht zehn weitere Anteile, die sie zeichnen müssen, zusammen 2080 Euro, die sie in Genossenschaftsanteile stecken müssen. Das ist aber immer noch erheblich weniger, als was sie normalerweise an Kaution natürlich hinterlegen müssten. Und außerdem ist das Geld wahrscheinlich viel besser angelegt, als auf einem irgendwie praktisch unverzinsten Kautionskonto. Zum Vergleich mal, eine normale Vierzimmerwohnung würde so in Berlin am Rand irgendwie vielleicht 1500 Euro kalt kosten. Kaution sind üblicherweise drei Netto-Kaltmieten, also 4500 Euro, die da an Kaution weggehen. Das ist mehr als das Doppelte, was die Pavlovs an Genossenschaftsanteilen zeichnen müssen. Als Zubrot gibt es dann eben die Dividenden, die ich schon erwähnt habe. Aktuell zahlen die Wohnungsgenossenschaften, je nachdem wie es läuft, so zwischen zwei und vier Prozent pro Jahr. Da würde man sich fast wünschen, dass man mehr als nur die Pflichtanteile reingesteckt hätte. Bei den Pavlovs mit ihren 13 Anteilen, 2080 Euro wie gesagt, sind es dann rund 80 Euro im Jahr, die sie bekommen. Ganz hübsch, oder? Im Vergleich zu irgendwelchen anderen Spareinlagen wie einem Sparbuch oder so. Und dieses ganz hübsch, das denkt sich auch unser zweites Beispiel, nämlich unser Anleger Arne. Arne hat zum einen von den vier Prozent Dividende gehört, die die Wohnungsgenossenschaften zahlen. Und da denkt er sich, das ist doch interessant. Und zum anderen hat er gelesen, dass bestimmte Wohnungsgenossenschaften zusätzliche Spareinrichtungen anbieten. Wo es, das fragt er sich eben, vielleicht auch mehr Zinsen gibt als sonst bei der Bank oder sowas in der Richtung. Und deswegen gucken wir uns das jetzt mal an. Zuerst diese Dividenden und dann die anderen Sparangebote. Bei vier Prozent Dividende, da möchte Arne am liebsten seinen ganzen Vermögensaufbau mit diesen Dividenden bestreiten. Das Problem ist nur, er kann nur begrenzt viele Anteile zeichnen. Ganz ähnlich wie das schon bei den Genossenschaftsbanken der Fall war. Bei der Traumwohnung IG zum Beispiel kann er maximal 50 Anteile zeichnen. Das sind dann 8.000 Euro. Auf die 8.000 Euro bei vier Prozent Dividende, da würde er im Jahr rund 300 Euro kassieren. Ganz hübsch, aber insgesamt gesehen natürlich viel zu mickrig, um damit wirklich langfristig echten Vermögensaufbau betreiben zu können. Aber Arne lässt sich erstmal nicht entmutigen. Er bleibt optimistisch. Er sagt sich nämlich, naja, es gibt ja auch noch andere Wohnungsbaugenossenschaften, wo ich nicht nur Anteile zeichnen kann, sondern eben auch noch zusätzlich sparen kann. Das Problem ist nur, von den aktuell rund 2.000 Wohnungsgenossenschaften in Deutschland sind nur 48 da, die überhaupt solche Spareinrichtungen wie Sparbücher, Festgeldkonten, Wachstumssparen oder auch Sparen für vermögenswirksame Leistungen anbieten. Und da die Nachfrage eh schon groß ist und die Wartelisten lang ist, ist es halt relativ unwahrscheinlich, in so eine von diesen 48 überhaupt als Mitglied reinzukommen. Aber sagen wir mal, Arne bleibt stur. Er schaut sich die 48 Wohnungsgenossenschaften genauer an und kommt tatsächlich in mindestens eine rein. Und deshalb vergleichen wir jetzt mal die Angebote für Sparbücher, Festzinssparen und Wachstumssparen. So Sachen wie Bonussparen oder vermögenswirksame Leistungen, die lassen wir in diesem Video mal außen vor, das würde hier den Rahmen sprengen. Aber schon mal vorweggeschickt, die Niedrigzinsphase, also die sinkenden Zinsen, die sind natürlich auch an den Wohnungsgenossenschaften nicht spurlos vorübergegangen. Das Sparbuch von so einer Wohnungsgenossenschaft unterscheidet sich jetzt nicht so wahnsinnig von dem von einer Bank. Ihr könnt da im Monat 2.000 Euro maximal abheben, ansonsten habt ihr eine Kündigungsfrist von mindestens drei Monaten. Und die Zinsen, die muss man natürlich mit der Lupe suchen. Im Schnitt sind so 0,1% pro Jahr und Ausreißer liegen so bei 0,5 bis 0,8% pro Jahr. Allerdings ist dann auch die Kündigungsfrist erheblich länger, nämlich so oft bei sechs Jahren. Und bei Laufzeiten de facto von über drei Jahren, da macht wahrscheinlich Festgeld viel mehr Sinn als so ein Sparbuch. Das Festzinssparen von solchen Wohnungsgenossenschaften unterscheidet sich jetzt nicht so wahnsinnig vom normalen Festgeldkonto. Auch da wird am Anfang ein Zinssatz festgelegt für eine längere Laufzeit. Und es gilt natürlich, je länger diese Laufzeit, desto tendenziell höher auch der Zinssatz, wobei die Zinsen natürlich auch da nicht so wahnsinnig hoch sind. Unterschied zum Sparbuch besteht darin, dass meistens eine Mindesteinlage verlangt wird, so typischerweise zwischen 1.500 bis 3.000 Euro. Und hier an der Grafik seht ihr, wie die Zinsen über die letzten Jahre auch bei den Wohnungsgenossenschaften da gesunken sind. Ihr könnt mal vergleichen. 2016 gab es für eine einjährige Laufzeit bei Wohnungsbaugenossenschaften im Schnitt noch 0,5% pro Jahr. Bei fünf Jahren Laufzeit waren es 1,32% pro Jahr und bei zehn Jahren Laufzeit 1,78%. So, jetzt der Vergleich mit 2020. Da gab es für ein Jahr Laufzeit nur noch 0,19%, also 60% weniger als vor vier Jahren. Bei fünf Jahren Laufzeit waren es nur noch 0,5% und bei zehn Jahren Laufzeit immerhin noch 1,21%. Stellt sich vielleicht die Frage, liegen die Banken mit ihren normalen Festgeldkonten, mit den normalen Festgeldern eigentlich besser als die Wohnungsgenossenschaften? Das hängt von der Laufzeit ab. Bei Laufzeiten bis fünf Jahre, da liegen meistens die Banken mit Festgeldern noch besser. Bei Laufzeiten bis zehn Jahre, da sind die Wohnungsgenossenschaften besser. Aber Achtung, auf zehn Jahre Geld bei 1,X% anlegen, das ist sowieso keine gute Idee. Unser Tipp, vergleicht doch bei Laufzeiten bis drei Jahre die Angebote von den Wohnungsgenossenschaften mit unserem Festgeldrechner von Finanztipp, den wir natürlich unten verlinke. Rund 20 der 48 Wohnungsgenossenschaften mit Spareinrichtungen bieten Wachstumssparen oder Zuwachssparen an. Da werden Sparer, Anleger dafür belohnt, dass sie immer höhere Zinsen bekommen, je länger sie anlegen. 2016 sah das so aus, dass man nach einem Jahr im Schnitt 0,4% bekommen hat, nach fünf Jahren immerhin schon 1,38% pro Jahr. Und wenn man sich jetzt hier 2020 anschaut, dann sieht man auch da, wie der Niedrigzins zugeschlagen hat. Nach einem Jahr gab es im Durchschnitt noch 0,15% und nach fünf Jahren nur noch rund die Hälfte 0,71% im Vergleich zu 2016. So, jetzt zum Punkt Sicherheit. Wie hoch ist eigentlich das Risiko, wenn zum Beispiel eine Wohnungsgenossenschaft pleite geht, insolvent geht? Tatsächlich könnte unser Anleger Arne dann, theoretisch zumindest, sein ganzes Geld verlieren, weil das würde in die Insolvenzmasse eingehen. Und im schlimmsten Fall droht ihm sogar eine Nachschusspflicht in der Satzung der IG, der Genossenschaft. Das heißt, Arne müsste sogar draufzahlen. Aber jetzt keine Panik, wir können Arne da weitgehend beruhigen. Erstens sind alle Wohnungsgenossenschaften dazu verpflichtet, Rücklagen zu bilden für den Fall der Fälle. Zweitens ist es in der Praxis so, dass die meisten Wohnungsgenossenschaften auf diese Nachschusspflicht in ihrer Satzung verzichten. Drittens ist es relativ unwahrscheinlich, dass eine Wohnungsgenossenschaft tatsächlich pleite geht. In der Vergangenheit war das bei 0,1% der Fall. Und viertens gehört so eine Wohnungsgenossenschaft in aller Regel einem Prüfungsverband an, der eben prüft, dass die Wohnungsgenossenschaften mit dem Geld keinen Mist bauen. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Sicherung, denn Wohnungsgenossenschaften, die sind tatsächlich als Kreditinstitute eingetragen. Und dadurch unterliegen sie zum einen der Aufsicht durch die BaFin. Und zum anderen gehören sie dem Selbsthilfefonds der Deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. an. Das ist also eine Sicherungseinrichtung, die im Fall der Fälle bei Verlusten einspringen kann. Also, sind Wohnungsgenossenschaften eine gute Geldanlage? Naja, nur begrenzt, weil man eben nur begrenzt viel Geld reinstecken kann. Von richtig großem Vorteil sind sie vor allen Dingen für Leute, die eben tatsächlich eine Wohnung suchen, an einer Wohnung interessiert sind. Vor allen Dingen wegen dem lebenslangen Wohnrecht und den in aller Regel relativ günstigen Mieten. Und diese Einsparungen, die wiegen wesentlich schwerer als die mickrigen Zinsen und die paar Dividenden, die ihr bei z.B. Genossenschaftsbanken auch bekommen würdet. Und zum Schluss jetzt noch die angekündigte Warnung. Es gibt immer wieder mal ein paar faule Eier, die das Wort bzw. den Titel Genossenschaft benutzen, aber nicht wirklich im Interesse ihrer Mitglieder handeln und auch komische Dinge mit dem Geld anstellen. Hier mal eine kurze Checkliste, woran ihr solche faulen Eier, solche nicht wirklich echten Genossenschaften erkennen könnt. Erstes Warnzeichen, die Wohnungsgenossenschaft, die sogenannte Wohnungsgenossenschaft, verspricht Renditen, die ziemlich hoch sind, absurd hoch sind, z.B. 10%. Und sie wirbt vor allen Dingen auch aktiv damit. Und das Warnzeichen besteht eben darin, dass sie euch dann eben gar nicht so sehr als Interessent an einer Wohnung haben will, sondern natürlich als Anleger, als Sparer, die will Gelder einsammeln. Und das widerspricht halt dem Prinzip, denn das erste Interesse einer Wohnungsgenossenschaft sollte natürlich die Versorgung der Mitglieder mit bezahlbarem Wohnraum sein. Warnzeichen Nummer 2, das geforderte Eintrittsgeld ist unverhältnismäßig hoch oder wird falsch verwendet. Dass es ein Eintrittsgeld überhaupt gibt, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, das ist durchaus üblich. Aber wenn das z.B. 7 oder 10% der Genossenschaftsanteile des Geldes, was ihr in Genossenschaftsanteile stecken müsst, wenn es das beträgt, dann wäre das schon ziemlich hoch und verdächtig. Und dann solltet ihr nachfragen, wofür das Geld eigentlich verwendet wird. Es darf nämlich nicht z.B. einfach mit den allgemeinen Verwaltungskosten der Genossenschaft verrechnet werden. Anzeichen Nummer 3, es ist nicht klar, welchem Prüfungsverband so eine sogenannte Wohnungsgenossenschaft angehört. Wie wir schon gehört haben, die müssen immer Mitglied bei so einem Prüfungsverband sein. Und wenn das nicht überall steht, im Impressum, auf den Geschäftsbriefen usw., dann wäre ich schon mal sehr skeptisch. Nummer 4, vielleicht das deutlichste Anzeichen, dass das Ganze keine gute Idee ist, es gibt viel mehr Mitglieder als Wohnungen. Denn wenn zu viele Mitglieder in so eine Genossenschaft rein wollen, dann gibt es vielleicht eine Warteliste und vor allen Dingen heißt es dann irgendwann, Aufnahmestopp. Denn, wie gesagt, erstes Interesse so einer Genossenschaft sollte ja eben sein, die Versorgung mit Wohnraum. Und wenn keine Wohnungen mehr da sind, dann heißt das einfach Stopp. Und wenn aber kein Stopp gemacht wird, dann ist einfach nur das Interesse nach immer mehr Mitgliedern und immer mehr Geld da. Und Warnzeichen Nummer 5, das Geld der Wohnungsgenossenschaft liegt nicht nur in Wohnimmobilien, sondern auch in Gewerbeimmobilien z.B. oder auch in einem Immobilienfonds. Und da es eben hauptsächlich um Wohnraum gibt, ist Scholten die Frage, warum da in Gewerbeimmobilien investiert wird. Da solltet ihr eben auch genauer hinschauen. So, das waren die 5 Warnzeichen, wann etwas wahrscheinlich faul ist bei einer Wohnungsgenossenschaft. Und ich hoffe, ihr habt jetzt insgesamt einen guten Überblick, was es mit Wohnungsgenossenschaften auf sich hat und welche Vorteile die haben. Was mich jetzt mal interessieren würde, habt ihr schon Erfahrungen mit einer Wohnungs-, mit einer Genossenschaftswohnung gemacht? Oder wohnt ihr vor allen Dingen in einer? Und dann würde mich interessieren, wie teuer oder wie günstig vor allen Dingen ist eigentlich eure Miete? Und zwar im Vergleich zu eurer Region, was man sonst so für eine Wohnung zahlen würde. Schreibt das doch mal unten in die YouTube-Kommentare, würde mich freuen. Ansonsten lasst mir doch vielleicht ein Like da und natürlich auch ein Abo. Bis zum nächsten Mal, euer Saidi.